so hallo meine lieben geoleben tv zu sehr freunde und abonnenten ja jetzt mache ich schnell ein kurzes video es gibt nichts besonderes ich wollte mich nur schnell mal melden weil jetzt doch schon wieder über woche jetzt nicht wirklich was hochgeladen habe ich bin jetzt gerade mal einen längeren projekt wieder dran es geht um die zähne es geht vor allem um karies und natürlich um alternativen und das braucht ein bisschen zeit es braucht viel recherche so in die richtung ich werde es nächste wochenherz dann ein video diesbezüglich geben also über karies und was man eben tun kann außer dass man dann wieder zum zahnarzt rennt und der wieder herum bohrt und was auch immer damit anstellt also was man wirklich tun kann ohne dass man dann den zahnarzt braucht und vor allem überhaupt karies vermeidet also das wird so das nächste projekt und wie gesagt braucht ein bisschen recherche ansonsten ja ist alles irgendwie wisst ihr seh wir haben das mega mega thema dieses punkt 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 und ich mag diesbezüglich auf youtube gar nichts hochladen das ist mir irgendwie einfach zu brisant zu viele videos werden immer wieder gelöscht nur wenn man irgendwie ein bisschen was kontra dazu sagt aber da möchte ich euch einfach wiederum darauf einladen oder dazu einladen auf meinen telegram kanal zu schauen da werde da jetzt da irgendwo die adresse hier einblenden und da gibt es dann auch vieles über telegram ich bin mittlerweile auch auf tiktok und da habe ich ganz ganz viel über c punkt punkt weil man da auch mittlerweile drei minütige videos hochladen kann also wer mag schaut einfach auch da mal vorbei also wie gesagt karies die zähne das ist das nächste video projekt und wird wahrscheinlich nächstes wochenende dann soweit sein in dem sinne wünsche ich alles alles liebe habt so feines wochenende mit jahr wir sehen uns papa tschau tschau servus alles liebe bleibt gesunder und wärts gesund wenn sie so nicht seid zu reagieren